Hier gibt es vier Möglichkeiten, den Boss zu machen. Und zwar die reguläre Weise ist, man läuft, der steht da oben, den kann man auch schon sehen von hier aus. Er steht da oben und hat zwei Ads bei sich. Er ist aber relativ übel, sodass eine Möglichkeit wäre, den runterzuziehen. Das heißt, einer läuft hoch, zieht die Argo von allen dreien und man kann dann ihn runterziehen. Die anderen beiden hauen erst mal ab und bleiben oben und kann sich dann unten mit dem Cola beschäftigen. Das ist eigentlich so das Angenehmste. Die zweite Möglichkeit wäre, hier kommt irgendwo auch manchmal so ein Höhlentroll aus den Wänden. Wenn er jetzt kommt, wenn wir hier vorbeilaufen, dann können wir versuchen, die beiden gegeneinander abzurichten, weil die prügeln sich dann gegenseitig runter. Dann kann man sich dahinter stellen und einfach zugucken. Das ist auch ganz angenehm. Wenn wir das jetzt selber machen müssen, müssen wir relativ aufpassen. Der macht so eine relativ böse Attacke. Der wirft so eine Sperrschleuder aus, zieht dich zu ihm ran und dann macht er so eine Wirbelattacke, bei der man instant tot ist. Das heißt, wenn man zu ihm rangezogen wird, hat man im Grunde schon verloren. Der macht aber, bevor er einen ranzieht, fängt der Bauch und das Schwert an zu leuchten. Wenn man dann ausweicht, dann kann man dem Angriff entgehen. Das heißt, wenn er leuchtet, ausweichen und wieder auf Distanz gehen, damit man in diesen Wirbelwind nicht geht. Das macht man dann 20 Minuten und dann... 20 Minuten? Jawohl. Ich rüste schon mal mein Gewehr aus. Genau. Also Fernkampf ist am besten, Nahkampf ist fast nicht zu machen. Also kann man zwar, wenn man... Der macht aber echt derben Schaden. Ich mach das. Nahkampf ist gut. Und wer sowas hat, wie mit Festnageln oder Verkrüppeln oder sowas, am besten die ganze Zeit einsetzen, weil diese Rumrennerei von dem nervt. Vor allem hier unten. So, ja, was haben wir? Erste Variante, oder was spielen wir? Was war die? Ja. Ich muss da hochlaufen und den hier runterholen. Und ihr macht jetzt. Also am besten, wir warten am besten hier. Du schlägst einmal auf ihn ein und holst ihn runter. Die Eds verlieren irgendwann die Agro. Wenn ihr dann fernkampftechnisch ein, zweimal auf ihn reinhaust, dann müsste der auch schon mit runterkommen. Also ihr lauft zu den Eds hoch und ich ran mit dem Typen hier unten rum, ja? Ne, wir bleiben alle hier stehen und du holst im Grunde alle drei runter. Und die zwei hauen aber ab. Achso. Ah, verstehe. Kann sein, dass wir bis, also wir können bis in den Raum da hinten rein. Wir müssen also immer die ganze Zeit ein bisschen ziehen, dass wir am Anfang die, äh, den ein bisschen weiter wegziehen, damit die Eds abhauen. Und wie gesagt, aufs Leuchten achten. Jetzt, ausweichen. Das war ein Wack im Spiel, ja? Das sehe ich leider nicht. Ach, da. Ja, okay. Ausweichen. Nein! Nein! Wir gegen die Wand ausgewichter, ich klapp. Oh, nur weil ich den Tobi geritzt habe, ey. Mann, Mann. Bist du dämlich, ey. Wo will Edd hin? Ne? So bin ich hier verringt? Und ausweichen. Ja, das ist ein bisschen blöd, wenn du mit der Pistole am Gewehr kämpfst, dann kann man den Pistolenqualm gut für Leuchten halten. Das ist echt nervig. Alter, warum hab ich den dauernd aggro? Hau ab mit dem! Hätte ich schon gern'n Boss für mich, ey. Okay. Ja, man kann den auch gar nicht machen, ganz einfach, und an ihm vorbeigehen, aber... Das wär in Wirklichkeit 4 gewesen. Hahaha. Ey, das will ich auch nicht. Das ist Cheat. Ja, das find ich auch blöd. Das ist... Ich da, wir machen den. Ausweichen. Boah, das war knapp, ey. Hoho. Also mit meinem Pet hier ist natürlich Quatsch, das Pet ist sofort down. Nein, wer zieht denn denn so gimpig dahin? Ich muss nur kurz von dem weg. Wo soll ich denn zu euch reinlaufen, oder? Ja, jetzt sind wir alle tot. Überlebt! Weil ich's kann. Hahaha. Ja, wenn ihr ganz down seid, am besten aufstehen und sofort wieder reinlaufen. Ne, noch will ich. Ah, okay, ne. Das wird dauert zu lange hier bei dem. Wo ist denn der Port kommt? Am Eingang. Ganz am Eingang. Ja, prächtig. Ausweichen. Ah! 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 So ein Arsch ey! Bin doch ausgewichen! Ah, Luger hat es nicht drauf, ey. Flucht! Flucht! Genau ausgewichen und in das Ding reinge... Ah! Ah! Mann! Ich bin da hinten aus, aber wahrscheinlich der... Jo. Ich hab's überlebt. Lässt doch nicht von dir ab jetzt, ne? Bleib wieder da. Der will mich ja richtig ziehen hier. Ja, ich komm mal. Ich bleib lieber weg. Jetzt schwärbt er gut, ne? Jetzt schwärbt er gut, ne? Ich hab ihn umgehauen mit meinem Geruchschwert. Boah, ne, bin ich gut. Kann man relativ entspannt nach oben gehen und die Ärzte nach oben kloppen. Die sind ja nicht mal so garstig. Zweichläufer zuerst. Ist drauf, mach'n. Da ist ja noch einer. Geil, blau. Ja, Mann. Geil, blau. Ja, Mann.